Ich frage mich gerade echt, ob der noch immer am Zocken ist. Bei Battlefield Hardline, ob er da noch online ist. Killer Keks, äh Klärchen. Gute Nacht. Oh, falsche Lanze. Sorry Leute, tschüss. Gute Nacht, Killer Keks. Counter Strike Action ist jetzt angesagt. Ich werde auf jeden Fall mindestens bis 3 Uhr durchziehen. Machen wir mal ein bisschen Deathmatch Action. Operation Vanguard. Und dann switch ich jetzt mal rüber zu CSGO. In der Hoffnung, dass es nicht abstürzt. Abstürzfeuer. Yes. Da seht ihr mit mir zusammen, wie ich suche. Ich suche, ja, ich suche, ich suche. Bidi bidi bidi, let's roll. Alle Waffen sind für kurz. Das ist halt nach Einstieg, kurze Luftfreiheit wählbar. Ist klar. Zufälliger wieder. Okay, nicht die Hälfte der Punkte. Das ist schon mal geil. Volle Punktzahl, wenn man was kaputt macht. Das ist jung, sehr schön. Ich finde aber auch schlimm. Wie schlimm ist das? Automatik wählen und go. Na komm, wo haben wir denn was? Ja, wie jeder einmal auf mich schießt hier, ne? Yeah. So, checken wir mal weiter aus. Ich wollte schon sagen, er muss nochmal irgendwie umfallen, ey. Also das Aiming ist in der Entfernung sogar. Uh, Respekt. Twitch TV, I have a meme. Okay. Oh, fuck. Wie der um die Ecke gejumpt kam, quasi nur drauf gewartet hat, dass er eigentlich auch nicht schießen kann. Leute, wie macht ihr das? Wie könnt ihr mich so schnell spotten? Ja, klar, jetzt habe ich auch mal wieder einen erwischt. Okay, aber das fühlt sich gerade ein bisschen komisch an. Muss ich zugeben. Okay, das fühlt sich jetzt aber auch komisch an. Der ist ja wegen nichts umgefallen. Puff weggepustet. Boah. Hervorragendes Aiming, Digga. Krass. Draußen ist wohl gerade wieder ein... Oh mein Gott, ey. Wo wohnst du? War's zum? So schlecht getroffen. 51 und zwei Treffer nur. Scheiß lauter Knall. Das ist wohl krass. Oh, rübergesneakt hier und dann ist er schon down. Oder mal so gefragt, Benji, habt ihr das öfters? Na gut, hier ist gerade nichts. Oh, 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 jetzt noch was. Oh, zu zweit. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Leute, hört mal auf hier. Gott. der ist nicht gut für meine art im weg die ganze zeit und so zu machen das kratzt sogar richtig gemalt wenn ich das mache so stellt man sich aber auch nicht vor dem gegner dauerfeuer drauf haltend sehr gut wow 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 shit oh meine hp die sinkt aber auch nicht so rapid wie ich gedacht hätte von 17 runter auf 10 ach gut wie leider zugefügter schaden es war nur 13 in vier treffer kann ich eingehen oder ging alles auf den körperpanzer uns ganz in der nähe moment ich muss jetzt mal eben hier eine sichere position wohnst am wochenende gibt es auch was echt wo es in der antikunden geht aber andauernd exklusiv vor euch kram so das ist ein bisschen strange ganz ehrlich so wie hier der krieg einfach nur tot ich habe nicht einmal getroffen wie krass ist das denn ja dann wurde ich wirklich gehofft uns eigentlich in der ganz guten gegend hat das ist echt schon wieder weiß man denn was es bei euch sein könnte was diese lauten knalle verursacht also bei uns passiert das auch manchmal aber wir wissen auch woher das kommt wir haben sowas wie jetzt so eine chemikalie eine chemikalienfabrik oder so in der nähe da explodiert auch immer wieder mal was wundert man sich im zwischenlauf fast gar nicht mehr wenn der mal wann hoch geht wenn doch der knall kommt da weiß man ach das war wahrscheinlich wieder da hinten dann guckt man kurz im internet nach dann steht es doch ach ja wieder hier der standard okay läuft ach ihr habt ihn da auch hervorragend so sneaky sneaky oh verdammt you got owned hat mich wieder erwischt ne der kerl ist quasi mein nemesis wuuh wuuh rafael nahm rache haha auch sehr schön es sei ihm gegönnt wow klatsch ich nahm rache rie rache oder so rückrache okay wie ging das denn jetzt ach zu dem wahrscheinlich dann nach hinten plack gemacht den böse weg der mein oh teamkollegen erschossen verdammt oh god oh god oh god wow 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 verdammt ich kann mich gar nicht schnell genug umdrehen schätz mal böller nette Gegend um ein kind aufzuzieben fuck yeah nice shot nice shot nice shot tock 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 ach fuck ich konnte mich nicht entscheiden haha fuck 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 oh wenn ich jetzt hier rumgehe dann muss ich noch was finden können ja hervorragend ich hab auch was gefunden wow 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 yes nice shot nice shot lucky fucky nice shot weg gesniped ja nice shot mach mich der Gegner kaputt nice shot haha schön das Ding nice shot ja ja Nein Was mit der Para Auf die Distanz Alter Muss aber mega Präzision haben Das heißt Ein Heady auf die Distanz Good Shot Huh Ha Guten Morgen Lord Victim Ah verdammt Ja Hugh got owned wieder ne Der macht mich aber auch die ganze Zeit einfach nur nieder Die sauf Huh Verdammt Ah schade nicht einen davon mitgenommen ne Oh jetzt tauch ich hier auch noch so um die Ecke auf Da wo die Halluten waren Stu Darauf gönne ich mir doch mal ein Schlückchen Koffeinhaltiges Zuckerwasser Damit husten Ja ich werde in der Tat schon schläfrig Also die ganze Zeit so krass rum sitzen Das ist äh Anstrengender als jede Ladenparty Auf jeder Laden da habe ich es eigentlich besser Weil man sich da auch mehr bewegt hat Und so Näher rumlaufen Mehr chilliges Äh Essen dann nochmal klar machen Und so Was macht ihr denn Was macht ihr denn blub Ach so die haben gerodet Fertig Aber hier wirklich durchgehend so zu sitzen Ganze Zeit quatschen und so Das macht einen doch schon Ich muss zugeben Ach ein bisschen müde Ja und es geht ihm dezent auf die Schultern Let's go In den letzten zwei Ich will auch Geschenke Fertab nochmal Gib mir Geschenke In den letzten Runden Blablabla Geschenke vergeben So Oh da war was Evil guy Ja ignorier mich Das hast du dann davon Oh hinter mir ist aber auch noch wieder Wo ist er hin? Da Oh hinter mir Oha Oha Da kommt gleich was Achso ne kommt nicht Es ist down Down Warum fällt dir nichts um Verdammt Oh Evil So da kann ich noch mehr Auf den Chat gucken Äh Besatzerbrause Was ist denn Besatzerbrause Um drei eine Duschpause Und am besten nehme ich Die Kamera mit Hey ich stand einfach nur rum Und du erschießt mich ab hier Du Lump Ja so als ich damals Hauptsächlich CS gespielt habe Da sah es auch noch nicht so aus CS 1.6 Als man noch jung war Wow Gut Coca Cola ist Besatzerbrause Erklebe das Haben die Amis uns übernommen Ohne dass ich es mitgekriegt habe Das wäre scheiße Na was haben wir denn Kommt schon Gut 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 Check Das war eigentlich Ich bin mir sicher Dass es ein Hit war Hinter uns Ha du Sneaky Bastard Versteck dich da im Goldgrad Ich glaube es ja nicht Wow Respekt ey Jetzt wachst du auf mein Dekolette Also dann nehme ich gerne Die Besatzerbrause in Kauf Und dass der Preis dafür ist Dass Adi von deinen geritten ist Oder von deinen geritten wurde So Eulenrumhüfferei hier Was soll das nur ey You're welcome You're welcome Wow Fuck Immer beim Nachladen Haben sie uns okkupiert Oh shit Von hinten auch noch Gleichzeitig Team Raphael und Shih Tzu Haben mich erledigt Na guck mal Trotzdem Ich bin ein kleiner Sneaky Ninja Terrorist Warte mal Da hinten war jetzt eine Pile Hi Pussies Ah fuck Hi Pussies Hi Dick Gut richtig Antwort er hat ein Hi Dick Bam There you go Wow Fuck There you go not Suck my dick Suck my dick Oh fuck English is most excellent brother Come on England in England in Poland You'll learn England That is good 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 England The best Hey way to go Some might play best Of all eastern Ukraine Das war geil wie sie sich gerade auf Englisch unterhalten Mehr davon Leute Mehr That is good joke No The best Thank you brother Boah sheep Kriegsscharf Ich hab dich nie da gemacht Auch mal eben hier in der Ecke nachladen Hoffentlich kommt da jetzt keiner hinten angelaufen Hervorragend Oh Chat guck ich gleich nach Huh Ah shit So Was War es mal ab Wenn wir damals schon Arnold Robo NKG abtretten Ich glaub der hätte sogar noch mehr Von dem amerikanischen Scheiß angestellt Ich glaub so sind wir schon ganz gut mit ihm Wee Genau Schöne Reihe nach aufstellen So hab ich's lieb Da muss ich mich nicht sonderlich anstrengen So wie bei ihm Gut Oh fuck Nicht schlecht Nein Sniper Fuck Ja gut Okay Jetzt wieder mehr Movement einbringen Hat der sich noch bewegt oder was Oder hat der ein Geräusch gemacht Als er verpuffte Ich bin ja überlegen Ob ich meinen Voice-Chat jetzt auch aktiviere Und da mal einfach ein bisschen mitrede Ja ich bin auch Ähm Inzwischen halbwegs warm gezockt Kann man glaub ich sagen Aber so richtig gut Davon bin ich glaub ich noch weit entfernt Wenn ich auf die richtigen Pros treffe Die laufen auf dich zu Ne Du läufst auf dich zu Die sehen dich noch nicht Drehen sich um Haben ihre Ava im Anschlag Und gehen einfach instant in Zoom Und machen Verpassen den Headdy Fuck Am Nachladen ne Ah ich sacke gerade ab Ich sacke gerade ab Das war ein Teammate Ah wo hältst du so drauf Ich will auch drauf halten Wow Komm Hat er mir den Kill geklaut Ich wollte endlich mal New God Owned abschießen Ne Und dann sowas Stell dich da doch nicht vor Alter Stell dich mal vor Friendly Firebären Und du stellst dich da In die Schlusslinie Ne Jetzt wären mir keine Kills mehr gegangen Gerade So endlich mal wieder einen Und hinterher Ich will noch mehr Kills Nicht mal Kills Nicht mal Points Ich will zumindest in der Top 4 sein Das ist ja schön Shit So die armen Typen Die mit dem russischen Ein bisschen Trash Talk Zwischen Finde ich ja geil Aber ich muss den Leuten Mein Respekt zollen Dass sie halt Englisch reden Weil die meisten Russen Und Polen Oder was auch immer Also alle die so Sprache in der Richtung sprechen Da habe ich es tatsächlich gehabt Dass sie halt Nur ihre Sprache da gesprochen haben Man hat nichts verstanden Ich meine abgesehen davon Dass ich die Sprache halt nicht spreche Und dann haben die ihre Mikrofone Auch noch so scheiße eingestellt Das war immer noch Und es war Selbst wenn ich Hochdeutsch gesprochen hätte Feinst Ausgeklügelt Und so Ohne Akzent Oder so ein Kram Das wäre trotzdem unverständlich gewesen Einfach Weil das Headset So schlecht eingestellt war Von den Leuten Da machst du dir kein Bild von Shit Von da hinten In die Zange genommen Ja Good Shot Jetzt lobt der auch noch meinen Gegner Ne Ist wohl frech There you go Muss jetzt mal wieder ein paar Kiste machen Ich muss weniger reden Und mehr töten I have a meme Du schon wieder Oh fuck Ich habe gerade ein Ziehen im Rücken Ekelhaft Kein gut Feeling Ah Gott Hau ab Du ungutes Gefühl Ach I Jo Da hat sich der Zoom rentiert Shit Dahin kam jetzt auch noch einer Um die Ecke Ah scheiß Timing Woow Alter Respekt Ein Treffer mit der Diegel Und einfach mal Instant weggeburstet Dankeschön Dankeschön Ja immer schön in der Reihe Aufhänden Schade Ich habe einen Treffer gemacht Man hat sogar das Blut dahin spritzen sehen Ja geh du mal vor Ja geh du mal vor Ja geh du mal vor Boah Ja komm machen wir nochmal Workout Weil es so schön war Mit dem Nachladen passiert mir leider Ach ich muss hier auch nochmal eben ändern Ich zocke Er kann uns bei Global Offense Und kein Call of Duty So komm Global Offense Bam Und Update Change is saved So mal gucken wo wir jetzt hinkommen Jetzt Ach hier wird sowieso nochmal Aufwärmphase endet Warum bekomme ich kein Geschenk Ich finde ein Geschenk bitte An mich Weil ich mich so sympathisch finde Also mich hat es leider ziemlich oft schon erwischt Gerade weil ich nachladen musste Das ist mir so das Problem Okay bro Mate Okay Ich muss jetzt dran denken Dass ich auf die Terroristen schieße Ach na also Ich wäre aber auch schon fast wieder weiter gegangen Weil ich jetzt so sah Ach ein Terrorist Gut der kann hier gehen Gut Teamwork for the win Okay ist ein teammate Wow Shit Da konnte ich mich jetzt nicht entscheiden Auf wen ich schieße Scheiße So weiter Ob ihr mir nicht reicht Natürlich reicht ihr mich Wieso Wieso solltet ihr mir nicht reichen Habe ich irgendwas in der Richtung gesagt Bin ja dann Niees Guzi Ich hatte auf jeden Fall nicht die Intention Irgendwie etwas in der Art anzudeuten Hier reichen mir auf jeden Fall als Zuschauer Aber es gab Einmal eine leichte Wow Fuck off Beschwerde Dass ich vergessen hatte Das zu ändern Aber es ist ja halt auch Counter-Strike Global Offense Und nicht Call of Duty Advanced Warfare Was ist die Zolle Dann lassen wir mal hier Ach fuck Dann müssen wir da einfach mal ehrlich sein Ich bin mir für jeden Zuschauer dankbar Der sich hier mit mir abgibt Muss ich ja mal einfach ganz klasse sagen Ich freue mich über jeden Der mit am Start ist What? Ernsthaft? Alter Respekt Auf die Distanz Mit der Wumme Ein Headshot Im Moment bin ich eher noch so am abstinken Merke ich gerade Oh man Wollte ich gerade deinen Kill klauen Ich nehme mal den kurzen Weg Du nehmst den lang und spottest Das ist gut Ich nehme den kurzen und flankiere Oh nein, nein Und jetzt spott ich Shit Ach die Wumme ist aber auch geil Die ja da Die muss ich mal Noch etwas raussuchen Wow Ah geht der da auf die Knie von mir Ich mein so ist eigentlich auch recht Knie nieder vor deinem Herrscher Wo seht ihr denn jetzt hier noch ein paar Lumpige Fuck Terroristen Achso der da oben hat mich Gut Dass er mich da oben abgeschossen hat Damit kann ich gut leben So Wo haben wir denn noch ein bisschen was Terroristen packt Okay das ist ein Teammate Hab dich Ah fuck Hab ich mich nur noch ablenken Das ist scheiße Chipupi Was ist das für ein Name Chipupi Fuck 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 Scheiße Na warte Chipupi schon wieder Chipupi Man Läuft da im Sidesit Mit dem Messer An mir vorbei Na zu viel Schmalken will ich auch nicht Sonst kommt einem das nachher Irgendwie nicht mehr So ernst Vor Sonst wäre es nachher Billig Verdammt Das Ding wieder Es ist interessant Ich muss es auch mal ausprobieren Oh er wieder mit dem Ding Wow 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 Verdammt nochmal Crime Manners wieder hier Mit dieser komischen Wumme Nein You got owned Ach der Kältet immer wenn der in meinem Gegnerteam ist Der Der owned mich halt auch wirklich Der ist krass drauf Yeah An assist für Bei You got owned Hat ein Teammating gerade Erledigt Fuck Crime Manners Sag wie gut Das kann absolut keiner so gut zugucken wie ihr Das ist der Hammer Ich wünschte ich hätte mehr Leute Die so zugucken können wie ihr Hätte ich allein die Fähigkeit So zugucken wie ihr das könnt Ich glaube dann wäre ich in meinem Leben An einer ganz anderen Stelle angekommen Gut da war noch einer um die Ecke Chibupi Chibupi Was ist das Für ein Name Verdammt nochmal Wow Jetzt hat er mich aber gut zurück erwischt Respekt Chibupi Chibupi Ihr schmunzelt hervorragend Das wollte ich damit erreichen Ich wollte eure Gunst wieder erhaschen 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 Einheimen Haben Kriegen Einholen Einholen klingt glaube ich ganz gut What Komm Mehr davon So schnelle Kills Hätte ich mal immer so gutes Aiming Alter Schwede Diese zwei Kills Die waren der Hammer What Nazi Fick dich Hauptsache ich habe dich erschossen Das fühlt sich richtig gut an Nennt er sich Nazi Alter Bist ein elendiger Hurenborg Du scheiß Nazi Spasti Ja Das finde ich nämlich ziemlich Unklo Ah Verdammt Zu viel über den Nazien Bis zum Lächeln fehlt noch was Was mache ich hier eigentlich Oh Hervorragend Den scheiß Nazi Leutnant erwischt Du Lappen Nazi Lappen Okay Aber wein Ja ich wollte sagen Hier war doch noch nie Vorhin was Verdammt Okay die haben mich auch Hart in die Zange genommen Ich schmutz ein bisschen Lächeln Fehlen noch ein bisschen Ich wüsste einfach nicht Was ich ohne euch machen sollte Allein Interaktion Im Chat hält mich noch weiter Wach bei Laune Am Arbeiten Ohne euch Würde ich wahrscheinlich schon längst schlafen Und ich hätte den Stream Einfach hingeschmissen Wow Und ich spüre wie euch mit jedem Kill Mit mir freut Dass ich es geschafft habe Hier doch noch irgendwas kaputt zu machen Dass ich nicht der Einzige bin Der darauf reagiert mit einem Boah ey wie krass war das denn bitte Der sich mir nicht selbst die ganze Zeit Schmeich Oh Ich wurde von dem Nazi erschossen Fick dich Nazi Spassi Okay Benji Ich werde es mir auch Auf jeden Fall angucken Okay Ich muss mich mal Eben bisschen halbwegs In Sicherheit bringen hier Wann geht es mit MagWari Online los Um 2 Uhr beginnt MagWari Online Wow 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 Oh ah fuck Da haben wir gerade die Haare im Ohr gekitzelt So hier ist gerade irgendwo Krieg Stell dir vor es ist Krieg Und ich komme mit 26 Minuten also noch In ungefähr 20 Minuten werde ich hier CSGO erstmal beenden Die übliche Pause einwerfen Ah verdammt Und dann gibt es so ein stündchen MagWari Online Und dann überlege ich es dann Ob ich jetzt halt Shit warum zoome ich denn auch rein Bei der Distanz Dann überlege ich ob ich halt noch Weiter durchziehe Oder ob ich mir wirklich mal Die überlegte Pause dann You got on Der ist so krass drauf Wobei ich hab ihn auch getroffen Yay Eine kleine Seife kam bei ihm an Na wo seid ihr denn Das ist Hans Night shooting lad Was heißt dieses lad Ich kann nichts anfangen mit Oh shit Mit diesem lad Wenn jemand die Übersetzung kennt Bitte lasst es mich wissen Sowas kann einfach nur mein Chat wissen Ihr seid nämlich alle so intelligent Und cool drauf Dass ihr davon eine Ahnung haben solltet Könntet Müsstet Hättet Ich weiß dass ich mich auf euch verlassen kann Bitte lasst mich nicht Stumm Dumm auf dieser Map sterben Das ging auch schnell Scheiß Nazi Huchenbock Dierrecke Spaß die elendigen Wow Kopftreffer Nachladen Ja Lertet sowas wie Typ Eiklärchen Ich wusste doch Dass ich mich auf euch verlassen kann Was schön Shit You got owned Ah du elendiger I do not like you Aber einfach Respekt Quops You got owned So was ist los Ach man kann die Mechs bei Gundam Als Drop bekommen Als Random Loot Quasi Das ist auch Inso cool So Berge Beutegut Yes Wie yes Du weißt doch gar nicht was ich gesagt habe Bitch Aha Bist du dir da wo sicher Nasenbibox Ich muss Ja bequemmeren Stuhl haben Vielleicht kann einer meiner Russischen Freunde mit Akzent in die Englische sagen Wo ich eine finde So günstig Na Schlechtester Akzent ever Das hätte man besser machen können Ich muss hier noch eben wieder Rundjahrs Rundjahrs Krudeln So Und wieder Aufrechte Sitzhaltung Position einnehmen Sitz Positionshaltung Ja da gehe ich nochmal zu den Terristen Wow Wow Ach schade Ich dachte es ja noch die Aufwärmphase Und ich laufe jetzt mit dem Pistel rum Wow You got owned Es wird wahrscheinlich das einzige Mal bleiben Dass ich den Kerl erledige Weil der halt einfach echt krass drauf ist Der Kerl macht mich immer kaputt Zack Siehste You got owned hat sich erstmal direkt gerecht Dieser fiese Typ Sorry Wofür? Sorry Halt um Mann Wofür schieß ich auf dich Wenn du nicht umfällst Alter Achso Miss Guzi War nix gegen dich Dass ich auf dich geschossen habe Erase Heißt auslöschen Erledigen Klatt machen Sehr schön Und nochmal Erased Woo I erased Erased Yeah Oh In Battle Royale Das ist aber sehr cool Dass man so Max quasi als Random Loot kriegt Eiklärchen Lord Victim Besten Dank Bis später Ich werde von 3 bis 6 vielleicht tatsächlich einfach nur Re-Broadcast laufen lassen Falls ich dann wirklich pennen muss Aber ich werde es ja mitkriegen wenn du dann wieder online bist Also wir sehen uns spätestens Allerspätestens Ab 6 Ja jetzt muss ich nachleihen Fuck Ab 6 Uhr morgens Wieder Ich muss halt mal noch überlegen wie lange ich denn so durchhalte Nein Das kannst du nicht machen Ich habe auf You Got Owned geschossen Du Sack Hey ich habe You Got Owned erschossen Aus dem Affekt im Nahkampf Schön Das beruhigt mich wieder ein bisschen Gelegentlich kann ich auch noch You Got Owned ohne Aber You Got Owned ohne mich echt oft Muss ich mal sagen Props Digga Okay ich fürchte mal ich muss die Runde Smokovita Shit Erase Aber ich wurde instant gerecht vom Pastor Haha wie geil Pastor Ah Verdammt Erase Ah Verdammt Oh der war sogar direkt neben mir Ist der da gespawnt Na das gibt es doch nicht Langsam wird es aber hier ne Persönlich Ich nehme das echt persönlich an So Wir sind wieder hier warm werden Gut Ist einer hinter mir Achso ne doch nicht Ja doch schon Aber keiner von den Bösen Ich dachte da wäre einer von den Bösen hinter mir Ja theoretisch einer von den Guten Ich bin einer von den Bösen Aber ist das kompliziert Einer von denen die mich töten wollen Verdammt nochmal Und das sind für mich die Bösen Weil die Guten die wollen mich nicht töten Verdammt Oh diese Zoom Reaktion Shit Ach scheiße In die Zange genommen In my new god owned Hab ich wieder erwischt Na So Was ist hier los Mit dem Totenkopf Dann muss ich mir nochmal angucken So was haben wir hier Und dann muss ich gleich mal weiterlesen Ich muss mir das irgendwie nochmal anders aufstellen Erased Oh fuck ey Ja dass es so random Loot gibt Das wäre wirklich was für McWarrior Online Halt Bergehut vom Schlachtfeld Je nachdem Das ist aber wieder doof für Sölleinheiten Weil Sölleinheiten In der Regel Von dem Bergehut nichts abkriegen Das lassen wir nutzen Die Häuser natürlich Bevorzugt Für ihre eigenen Einheiten Wenn es so mal Bergehut gibt Aber gut Das könnte natürlich dann Entsprechend storytechnisch Einfach je nach Vertrag Ausgehandelt sein Was man so dann Oh fuck Was man so abbekommt Ich sacke gerade richtig schlimm ab Kann das sein? Oh ja Ich sacke schlimm ab Jetzt muss ich mir mal wieder Ein bisschen konzentrieren Ich muss ballern Okay Nothing to do Hier Yet Na komm Wow Da hat sie ihn einfach nur erwischt Weil meine Waffe so gestreut hat Shit Ach Das habe ich echt nicht mitgekriegt Dass er meinen Teammate Platt gemacht hat So eine Scheiße Hast du dir so gedacht, ne? Hahaha Oh Oh verdammt Doch nochmal von hinten was You got owned, ne? Dieser Saftsack Nein Nur ein Treffer erzielt Ey, wie schlecht ist das denn, Wille? Das muss ich aber noch besser können Oh Fuck in the fact Ist das ein roter, schwarzer mit Krone Das eine Bild da? Ist irgendwie verwirrend Das war so klar Ach, ich habe den Fehler gemacht Den ich früher bei anderen bemängelt habe Halt einfach zu doofes Abwarten und campen da Dass man da den vielleicht erwischen kann So, hey bro Blood Blood So, haben wir hier irgendwo was? Gut Jetzt lobe ich mich auch noch sehr Wow Scheiße Hätte ich mich mal nicht selber gelobt Dann hätte ich mich nicht über mich selber so Oh, was macht denn der da? Sondern hätte ich einfach hier, ne? Dann wäre alles gut gewesen Dann hätte ich den vielleicht sogar kaputt gemacht Aber nein Ich muss mich ja selber verwirrend aus dem Konzept bringen Ah, no, no, no Smoke of what the kicker What auch immer Ja, ja Na gut Dann gehen wir in diese Richtung Nein Oh, ich lasse gerade nicht rapide nach Wow, wow, wow Shit Der stand doch einfach nur ganz chillig da Der wusste, dass ich mich nicht rechtzeitig umdrehen kann Oh, schade Das wäre bei uns so geil gewesen Hätte ich beide erwischt So wie dieser Augenblick Wenn sie sich aus Versehen Alles schön in Reihe aufstellen Damit ich sie kaputt machen kann Was wirklich leider nur sehr selten vorkommt Wow, fuck Na, Pompadour hat mich prompt gerecht Alter Okay Der hat es einfach mal krachen lassen Ja Na, komm Gehen wir nach unten Riskieren wir es einfach mal Das ist ein Teammate Okay, das ist alles clear Das ist Ein Spawnpoint Und ich habe keinen abgekriegt, schade Aber das gegnerische Team wurde gerade schön eliminiert Sehr gut Ja, nice shot, nice shot Danke, danke, Digga, Digga Ach, hoffentlich läuft das jetzt wieder ein bisschen Wie bitte? Fuck off Ach so Warum mache ich Dauerfeuer zur Hölle? Oh Konzentration Bitte bleib bei mir Wow, wow, wow Ach, scheiße Na, erase Er wieder, ne? Nice shot, nice shot Hat er auf mich gewartet Der hat sich gedacht, dass ich hinterher komme Der Pimp Sehr gut Ich glaube, ich laufe dir, mein Hater Bin ich ziemlich bei meinen Teammates Ich glaube, du läufst nämlich auch zu den Restlichen Teamkollegen hier Was macht ihr da jetzt für Jump and Run Spielchen? Ah Ich kriege sie langsam im Ducken hier Yes Was jetzt? Hm So, ich nehme Fassade Was habt ihr davon? Gut Gut Marquis Das Match Die Karte sagt mir gerade gar nichts Oder bin ich gerade doof? Laat Na, komm schon Go, go, go Automatisch wählen bitte So Okay, ich bin Counter Ach, die Map Ja, die finde ich ein bisschen kacke Muss ich zugeben Jetzt muss ich wieder daran denken Dass ich auf die Terrors schieße muss Terror Eastern Aber laut Chronometer Könnte ich hier gleich Einfach auch Dicht machen Bevor ich wirklich weiter zocke Und auf McRae Online wechseln Ah, verdammt In die Zangen genommen Ey, was hat der dafür viel Styling Und die Wummel ist abgefahren Ah, verdammt Ah, wisst ihr was? Ich glaube wirklich Ich mache jetzt mal Sense hier Also Sense mit Counter-Strike Global Offense Wow Drops, Digga Mann, Mann, Mann Nachladen Fuck Ministee Die haben immer alle So seltsame Namen So, was sagt der Chat dazu? Soll ich hier das Ganze beenden Und auf McRae Online wechseln Dann würde ich nochmal Ihm vorher eine kleine Pause Einschieben Halt mal still Ich will dich doch nur Gut geschafft Aber Ministee Hat mich wieder erledigt Ich glaube Wir können uns alle damit anfreunden Wenn ich das hier jetzt zumache Und dafür Dann nach der Pause Auf McRae Online weitermachen Oh, fuck Mit der Arbe Einfach mal weggesniped Respekt So schnell Bam aus dem Handgelenk geschüttelt Gut Ich hör's hier alle Das Ganze rumgeballert Ratatatatatatatatatatatatatat Wow Alichar Hi, hi, hi Er kommt ein Lässiges Jupp aus dem Chat So, ich will mal sagen Damit beende ich meine Counter-Strike Global Orthensreise Zurück zum Hauptmenü. So, mal dicht hier. So, ab in den Pausen-Screen. Und dann nochmal wieder den Text anpassen. Zip. Kurze Pause. Dann... Jebeth. Mac. Mac. Warrior. Online. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Here we go. It's me, Pausirio. Nebenbei nochmal kurz ein bisschen Musik anmachen. Play. Bis gleich. wins! ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020